Vielen, vielen Dank. Wir haben die 20 Abonnenten erreicht. Ich habe mich so gefreut. Danke. Ich weiß zwar nicht, wie ich das verdient habe, aber trotzdem vielen lieben Dank. Und als Abo-Special hätte ich ein paar Sachen zur Auswahl. Aber ich möchte auf jeden Fall zwei Sachen machen. Und die Serie mache ich sowieso. Also stimmt einfach ab, aber ich wäre für das hier. Also sozusagen eine Routine. Da habe ich den ersten Teil schon gedreht. Dann kommt noch der zweite Teil und Kanalempfehlungen oder Vorstellungen. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder und vielleicht haben wir ja dann schon die 30 Abonnenten geknackt. Tschüss!